Ich hoffe, Sie haben alle gut nachgegessen, sind gut versorgt, aber noch nicht so müde, weil der Vortrag wird spannend. Ich möchte Bernie Honeisen vorstellen zum Thema Löschen statt Sperren. Ihr dürft auch gerne fragen, was ist der Unterschied oder was bedeutet der Löschen überhaupt? Er kann alle Fragen beantworten und nein, es gibt für ihn keine dumme Fragen, weil er mit den Nationalrädern zusammenreden muss und die stellt wirklich jede Frage, was es gibt. Mein Einleitung gibt es heute eine halbe Stunde Vortrag und eine halbe Stunde Diskussion ist angesagt, ist das korrekt? Ja, das stimmt. Gut, in diesem Fall viel Vergnügen und möglichst viel. Guten Morgen, liebe Techniker. Wie gesagt, ich bin Bernie Honeisen. Ich bin diplomiert in der ETH und habe fast die längere Zeit eine eigene Firma und Beratung gemacht im IT-Umfeld. Auf Hochdeutsch? Was? Ist Hochdeutsch möglich? Auf Hochdeutsch, ja, okay. Danke für die Erinnerung. Manchmal spreche ich auch einfach ethnisch, aber in diesem Fall einen von uns auf Hochdeutsch. Hallo miteinander, schön, dass es geschafft hat, nach dem Nachhissen noch zu einem schwierigen Vortrag zu kommen. Er wird schwierig, weil es geht um eine Problematik, die eigentlich sehr ernst ist. Es geht darum, dass Kinder als Pornolaussteller missbraucht werden und das unfreiwillig. So erzeugte Videos oder Fotos, die bezeichnen man offiziell als Child Sexual Abuse Material, das ist ein englischer Begriff. Dieses CSCAM oder CSAM werde ich in diesem Vortrag mehrfach auf Folien haben, diese Abkürzung kommt immer wieder vor. Dieses Material wird dann über Internet zugänglich gemacht und der Vortrag hat einen Fokus auf diesen technisch-juristischen Umgang mit diesem Material, im Vortrag Kinderporno genannt. Die Ursachen muss ich auch schreien. Die sind sehr vielfältig, einerseits haben sexuelle Präferenzen. Bis zu drei Prozent der Bevölkerung haben pädophile Neigungen. Je nach Studien sind es ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Auf jeden Fall bedeutet es eigentlich einen riesigen Markt, wenn man so bedenkt, auf der weltweiten Markt. Tragisch. Weitere Ursachen sind Machtausübung, Machtausübung auf Schwäche. Das sieht man auch bei sexueller Gewalt gegenüber Frauen, weil sich wehren ist immer sehr, sehr schwierig. Vielfach wird auch die Abhängigkeit der Opfer voll ausgenutzt. Und was auch dazu kommt, sexueller Missbrauch, egal in welchem Umfeld ist es tabu. Mangelnde Aufklärung ist ein weiterer Grund. Kinder wissen oft nicht, was vorgeht im Moment. Sie können das Erlebte nicht verarbeiten, zumindest vorerst. Sie können sich nicht einordnen, was daraus abgeht. Oder ein weiterer Grund ist bittere Armut, wo das Zerfügungstellen der eigenen Kinder für solche Dinge wenigstens Einnahme generiert, damit man etwas essen kann. Also ziemlich schlimme Dinge, ja. Verbreitung von diesem Material, das gibt es nicht erst sehr im Internet. Früher lief das über Post- und Videokassetten, dann DVDs, CDs etc. Seit das Internet überall verfügbar ist, ist die Verbreitung einfacher und das Problem ist vor allem einfach sichtbar geworden. Aber ein neues Problem ist es nicht. Mögliche Massnahmen gegen dieses Problem ist Ursachenbekämpfung, ganz schwierig. Häufig sind die Täter Vertrauenspersonen. Manchmal ist es gerade die eigene Mutter. Es gibt einen Fall in St. Gallen, ein sogenanntes Leifgurl. Da hat die Mutter, das Kind missbraucht, um ihrem Liebhaber irgendwelche Dienste zu erweisen. Der grösste Hebe hätte man im Bereich Soziales. Das ist ein soziales Problem schlussendlich. Aufklärung. Das Kind kann sich besser wählen, es weiss, was vorgeht. Enttabuisierung. Schwierig, das zu machen, weil kaum jemand outet sich von den Opfern. Aufbrechen von Machtstrukturen, die den Missbrauch begünstigen, wäre auch angebracht, nur auch nicht ganz einfach durchführbar. Und zu guter Letzt auch Armutsbekämpfung. Also diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was gemacht wird juristisch, wir haben diesen Artikel 197 im Strafgesetzbuch. Das ist die Strafbarkeit der Herstellung, Weiterverbreitung, Konsum etc. Oder technisch, da werde ich den Fokus legen, ist die Eindämmung der Weiterverbreitung. Ich fasse nochmals zusammen. Wir haben die übelste Formel von Kriminalität. Ursachenbekämpfung ist schwierig. Geeignete Massnahmen zur Bequempfung sind notwendig. Ich habe drei solche Blöcke. Nach jedem Block kann man Verständnisfragen stellen. Diskussionsbeiträge würde ich gerne im Anschluss an den Vortrag haben, wo wir noch einen grösseren Block für Diskussion haben. Aber wenn jetzt etwas inhaltlich nicht klar ist, kann man nach jedem Blogs auch Fragen stellen. Gut, ich scheine klar gewesen zu sein. Dann gehe ich zum zweiten Teil ein. Das sind technische Massnahmen oder die Schweizer Gesetzgebung. Vielleicht zuerst mal eine Frage. Gibt es jemanden, der findet, im Internetsperren zu errichten, ist eine gute Sache. Das sollte man machen. Ganz ausscheinend. Wenn sich dann jemand outet, kann ich nämlich den nächsten Teil relativ kurz halten. Weil ich muss ja niemanden mehr überzeugen, dass Netzsperren eigentlich nichts bringen. Also was wir bisher erarbeitet sind sogenannte freiwillige Netzsperren. Das Bundesamt für Polizei. Früher war das die Kubik. Die unterhält zur Sperrliste. Die stellen den Provider zur Verfügung. Diese grossen Provider, wie das Viscom, UPC Sunrise und noch einer, Green und vielleicht noch ein paar andere, die implementieren das als sogenannte DNS-Spielen. Wo dann im besten Fall eine Zwischenzeit, die angezeigt hat, hey das ist Kinderporno, das ist ganz böse, gefährlich, illegal, mach das nicht. Die Abdeckung der Kunde ist ungefähr 85%. Wie wirksam das ist, wurde bisher wissenschaftlich nicht erwiesen oder untersucht. Ich kenne keine Studien, die die Wirksamkeit erwiesen, seriös untersucht. Und vor allem hat das FEDBOL so ein allgemeines Meldeformular, wo man neben irgendwelchen Phishing-Sachen kann auch noch Kinderporno melden. Das ist so der Stand heute. Dann, neu beschlägt der Bundesrat im neuen Firmenmeldigesitz vor, einen Zwang für Netzsperren, der für alle Access-Provider gilt. Ich habe hier den Paragrafen herausgeschrieben, aber schlussendlich ist es auch wichtig, dass dann am Schluss alle Zugangs-Provider, wie Swisscom, UPC, Green, das dann machen müssten, diese Sperren auf dem Netz einrichten. Das ist diese Folie, die ich hier offenbar stark abkürzen kann. Ich kann einfach sagen, gewisse Aspekte von Netzsperren eingehen, die nicht allgemein bekannt sind. Netzsperren sind ja nichts anderes, als sie an den Vorhang ziehen. Den kann man jetzt nicht ziehen, aber jedenfalls hinter dem Vorhang geht die schon weiter. Denn wenn man einfach den Vorhang zieht, ist das Problem nicht gelöst, sondern einfach aus dem Auge und aus dem Sinn. Das löst selten ein Problem. Netzsperren verdecken nur die Sicht auf die Webseite, schützen jedoch nicht die Opfer. Was jetzt aber noch tragisch ist, dass Netzsperren sogar diesen Meldewesen, das gebraucht wird, um Löschungen herbeizuführen. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Die laufen nebenzu wieder. Weil wenn man nicht weiss, wo das Zeug ist, oder wenn neues Material auftaucht hinter einer gesperrten Seite, also es wird immer dann sozusagen das ganze Haus gesperrt und in einem neuen Zimmer taucht Material auf. Und das sieht man dann halt nicht. Also macht auch niemand eine Meldung. Beziehungsweise die, die die Meldung machen würden, die lassen sich vielleicht beeindrucken durch seine Sperrseite. Und machen dann die Meldung nicht. Was bedeutet, dass das Opfer, das dahinter steht, länger leidet, weil die Polizei dann auch nicht weiss, dass es da ein Opfer gibt, das man vielleicht identifizieren und befreien kann. Also Netzsperren sind eigentlich im gewissen Sinne für neue Opfer, die noch nicht bekannt sind, sind sie eigentlich in grossem Arschteil und kontraproduktiv. Das habe ich auch den Politikern versucht zu erklären. Die haben das nicht ganz verstanden. Ich weiss nicht, ob ich ein bisschen darüber gebracht habe hier in diesem Publikum, was genau passiert, wenn seine Netzsperre errichtet wird und dann die Meldung ausbleibt. Aber eigentlich sind die Inhalte vor allem geschlossenen Foren. Also das Argument, dass man die Bevölkerung schützen will vor irgendwelchen bösen Bildern, und das zieht auch nicht, weil das Ganze ist illegal verboten. Da wird schon genug unter und man es nicht einfach darauf zugreifen kann. Wer solche Inhalte sehen will, wird nicht davon abgehalten. Da gibt es genügend Möglichkeiten über andere Internetadressen, und da gibt es eine kleine Änderung in der Konfiguration, neue Technologien oder VPN, wo man weiterhin das Zeugs anschauen kann, wenn man das will. Und weder Deutschland noch Österreich kennen solche Inhalte später im Bereich Kinderpornografier. Die Lösung, die ich versuche den Politikern und anderen einzubringen, ist, dass das Ganze lösen statt sperrt, aber richtig lösen. Nicht so, wie es unsere Schweizer Bürger tun im Moment. Die machen das noch nicht genug genug, aber da komme ich später noch darauf zurück. Lösen funktioniert weltweit, und das Deutsche Bundeskriminalamt macht jedes Jahr einen Report. Nach vier Wochen war der Anteil der gelöschten Inhalte bei 92%. Bei Sperren hat man einfach ein paar Vorhänge gezogen und das Material war immer noch verfügbar. Das ging in Zusammenarbeit mit einer weltweiten Organisation INHOPE. Da spreche ich im nächsten Kapitel ganz genau davon. Hier noch mein vorliegter Vergleich von Massnahmen. Löschen, Sperren. Löschen heisst an der Quelle beseitigt, dort oder das Bild liegt effektiv. Und Sperren heisst einfach irgendwo her versuchen, da einzugreifen. Man sperrt zwar eine Strasse, aber auf der Nebenstraße kommt man trotzdem ans Ziel. Ich gehe hier nicht genauer darauf ein, aus Zeitgründen, und weil ich niemanden überzeugen muss offensichtlich, dass Löschen besser ist als Sperren. Aber das Bild ist eigentlich eindeutig hier, dass Löschen in allen Belangen vorteilhaft ist im Vergleich zu Sperren. Hat es ja Anwälte unter euch, also der eine, den habe ich sogar mitgebracht, mein Anwalt. Ja, weil Anwälte kann man immer, offiziell als Juristen kann man mit dem Argument der Verhältnismäßigkeit überzeugen. Ob es sich eignet, ob es erforderlich oder zumutbar. Aber es gibt sehr gute Gründe, dass es weder sich eignet, noch erforderlich ist, noch zumutbar ist. Und daher sind die Netzsperren unverhältnismäßig und eigentlich verfassungswidrig. Weil unverhältnisse Massnahmen in der Verfassung dürfen nicht angewendet werden. Passiert immer wieder, das wissen wir, weil wir haben kein Verfassungsgericht, das ist jemals überprüft. Ich kann es mir bestätigen, dass immer weniger. Eben darum löschen statt sperren. Jetzt gehe ich ein bisschen darauf ein, was wir so alles gemacht haben. Ich war zweimal an einem Hearing, also einer Anhörung der zuständigen Parlamentarischen Kommission, der Kommission Verkehr und Fernwendefragen des Nationalrats. Ich habe beides Mal versucht zu erklären, dass Spänen eigentlich nichts bringen und das Löschen besser ist. Dann habe ich eine Veranstaltung organisiert mit einem Vertreter der internationalen Organisation INHOPE, die ich dann im nächsten Kapitel vorstelle. Das ist eben die Organisation, die das Ganze effizient löscht. Der Kinderschutz, das Pro Juventude war dabei. Behörden, ich habe das VETBOL, das BAKOM und das Bundesamt für Sozialversicherung, dort wo es um Kinderschutz geht, eingeladen. Die sind alle gekommen. Und das war beim ASUD, das Verband von Providern. Da waren auch ganz viele Providere anwesend. Da habe ich mal einen ersten Schritt gemacht, um das Ganze vorzustellen, wie man es machen sollte. Dann parlamentarische Arbeit. Wir haben zahlreiche telefonische Gespräche mit Parlamentariern gehabt. Wir sind mehrfach in die Wandelhalle gegangen. Ich habe mittlerweile so einen Ausweis da, wo mein Name draufsteht, was ich mache. Mit dem kann ich jederzeit ins Bundeshaus gehen und mit dem Parlamentariern sprechen. Dann habe ich zahlreiche persönliche Gespräche mit Politikern gehabt. Ich habe sogar mit der zuständigen Bundesratin darüber gesprochen. Und sie hat nachher gesagt, ja, ich soll das doch noch schriftlich schlagen. Das, was ihr gesagt habt, schriftlich schicken. Ich habe dann auch eine Antwort bekommen von Frau Doris Leuthard, als sie noch zuständig war. Wir haben mehrere E-Mails verschickt an die Parlamentarier mit Abstimmungsempfehlungen und Factsheets etc. Das ist das, was wir gemacht haben. Und konkret haben wir einen Vorschlag gebracht. Es war eigentlich gedacht, um die Netzsperren im Fernmelde-Gesetz zu ersetzen, durch einen Löschartikel. Da Fernmelde-Gesetz nur die Zugangsprovider reguliert, dass die, die den Zugang zum Internet dem Kunden machen, und nicht die Inhalte anbieten, wo eigentlich dieses Material liegt, war es ein bisschen schwierig. Darum haben wir einen Löschartikel gemacht mit einem Koordinationsauftrag, wo aber auch explizit von dritten betriebenen Meldestellen genannt sind. Das ist das, was ich im dritten Kapitel vorstelle. Das wurde dann von beiden Räten angenommen, also der Artikel 46a Absatz 1 bis ... Ich habe jetzt meinen eigenen Artikel im Gesetz. Simon hat ihn noch redigiert als Jurist. Er hat da noch ein bisschen herumgefeilt, aber wir können jetzt sagen, wir haben einen eigenen Artikel ins Gesetz gebracht, wenn es denn so angenommen wird. Eigentlich ein Erfolg. Das Unschöne dabei ist, Sie haben es nicht als Ersatz für einen Sperrartikel genommen, sondern als Zusatz. Wir haben jetzt Löschen und Sperren in diesem Fernmeldegesetz. Was besser ist als vorher, aber nicht ganz dem Resultat entspricht, was wir uns gewünscht hätten. Gut, ich fasse nochmal zusammen Teil 2. Löschen statt Sperren ist wirksam. Das Parlament hat sich für Löschen und Sperren entschieden. Und nicht Sperren bleiben problematisch. Ich bin jetzt ein bisschen schnell durchgegangen. Habe ich da Fragen? Verständigungsfragen? Also reine Verständnisfragen, ja? Ah, nein, es ist keine Verständnisfragen. Bitte? Es ist keine Verständnisfragen. Ah, okay. Ja, Diskussion darf ich nachher gerne einbringen. Ja, okay. Also, jetzt zum letzten Kapitel. Weil das, was ich jetzt erzählt habe, habe ich letztes Jahr schon mal in groben Zeugen gesagt. Das ist diese Organisation INHOPE. Was ist INHOPE? Es ist ein Netzwerk von Meldestellen für dokumentierten Kindsmissbrauch, für Material, das über dokumentierten Kindsmissbrauch hergestellt wurde. Es gibt 52 Meldestellen, sogenannte Hotlines in 46 Ländern. Das Ganze wurde 1999 gegründet. Und das Interessante ist, ungefähr 98% dieses illegalen Materials liegt in den Mitgliedstaaten von INHOPE. Also liegt bei Provider, die in den Mitgliedstaaten von INHOPE sind. Das ist eine interessante Zahl. Dann die wichtigsten Ziele. Es gibt einen Meldungsaustausch in Kooperation mit INTERPOL. Das ist zwar eine Polizeiorganisation International. Man führt eine gemeinsame Datenbank und tauscht Erfahrungen aus. Man erwirkt die Löschung von diesem Material im jeweils anderen Land. Ich habe hier noch einen Link hineingeteilt, falls ihr mehr wissen wollt. Die Mitglieder von INHOPE sind auf der ganzen Welt verteilt. 98% von Materialien liegt in diesen Ländern. Allem voran ist Russland, Kanada, USA, Holland. Und es gibt hier, mitten von Europa, eine kleine Insel. So in der Mitte. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Staat kennt. So ein Schurkenstaat. Nein. Der macht da nicht mit. Und will da gar nicht mitmachen. Zumindest die staatlichen Organe. Wollen da gar nicht mitmachen. Warum komme ich nachher noch darauf zurück? Wie das funktioniert? Hier ein Ablaufdiagramm. Das habe ich vom Deutschen Bundeskriminalamt, das in Zusammenarbeit mit INHOPE in Deutschland das Ganze effizient bekämpft. Da gibt es einen Bürger, der meldet Inhalte, die er findet, auf die er stößt. Meistens sind es solche Leute in pädophilen Neigungen, die das aber dann trotzdem melden. Das meldet der INHOPE Hotline. Da werden die Inhalte geprüft von spezialisierten Leuten. Keine angenehme Arbeit. Wenn es positiv ist, vielleicht ein schlechtes Wort. Aber wenn es wirklich so ist, dass es illegales Material ist, dann schaut man, ist es im eigenen Land. Wenn es im eigenen Land ist, ist es einfacher. Das ist hier nicht dargestellt. Dann wird es einfach der Polizei, Staatsanwaltschaft mitgeteilt und dem Provider. Wenn es international ist, dann schaut man, hat es in dem Land eine INHOPE Hotline oder nicht. Wenn es keine hat, meldet man es über den Dienstweg, über das Bundeskriminalland und Interpol usw. Das ist übrigens genau das, was die Schweizer auch machen. Also den Dienstweg, da komme ich nachher noch darauf zurück. Aber das Interessante ist, wenn der Weg ist, im Hostingland, wo das Ganze liegt, wenn es da einen INHOPE Power gibt. Weil dann geht das relativ ruckzuck. Dann erfährt er, wenn zum Beispiel in Deutschland etwas gefunden wird. Das liegt bei Putin. Dann ruft man die INHOPE-Meldestelle bei Putin an. Und die sorgt dann dafür, dass die dortigen lokalen Strafverfolgungsbehörden, Polizei und der Provider dies erfahren. Dass der Provider erfährt, dass es sofort löschen muss. Und die Strafverfolgungsbehörden schauen dann, wer hat das Material allenfalls hergestellt, wer hat es hochgeladen, wer betreibt es etc. Und dann läuft das relativ schnell. Andererseits über den Weg, über Interpol. Und was auch noch gemacht wird, das wird regelmäßig nachgeschaut, ist das Material noch verfügbar. Das ist einerseits statistisch. Andererseits, dass man einen Reminder schicken kann dem Provider. Hey, jetzt haben wir doch gesagt, was Material illegal ist. Löse es mal endlich. Das ist so ungefähr das Prozedere. Ist das allen klar geworden? Oder wie hätte sie schnell gegangen? Also Kernpunkt ist einfach die INHOPE-Meldestellen, die reden miteinander. Und die jeweilige INHOPE-Meldestelle im Land, wo das Material gehostet wird, wo der Provider ist, wo das liegt, können viel, viel schneller reagieren. Und wissen auch alle Dienstwege zu ihren Strafverfolgungsbehörden, zu ihren Provider, die kennen die. Jetzt noch ein bisschen mehr im Detail, was passiert, wenn da eine Meldung reinkommt. Das wird hochgeladen zu einer IC-CAM-Datenbank. Das ist so ein Tool, das INHOPE selbst hergestellt hat. Das untersucht die URLs, und besucht noch weiteren Bildern oder Filmen, die illegal sein könnten. Ordnet das Land zu und dann wird jedes einzelne untersucht, ob es illegal ist oder nicht. Wenn man dann das Positiv bzw. festgestellt wurde, ja, das ist illegal, dann macht man Hash-Werte daraus und vergleicht mit einer Interpol-Liste, ob das Material schon nicht bekannt ist. Es kann ja sein, dass das gleiche Material schon mal gefunden wurde. Das ist so mehr eine Optimierung, weil wenn das Material schon bekannt ist, muss man das Interpol nicht nochmals mitteilen, um herauszufinden, dass es eigentlich schon bekannt ist. Das heisst, sie werden gefiltert, und die, die nicht bekannt sind, werden dann hochgeladen an diese Interpol-Datenbank. Die neuen Inhalte werden dann noch klassifiziert, nach Alter, Geschlecht etc. Je nachdem, das ist für die Statistik wichtig. Andererseits auch, die Strafbarkeit ist nicht in jedem Land gleich. Und dann geschieht diese Weiterleitung, dann die Partnerhotline im anderen Land, und die kümmern sich dann darum. Gut, hier einmal die Effizienz. Nach vier Wochen waren die grünen Teile gelöscht, und die roten Teile liessen noch auf sich warten. Das ist weltweit. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das sind erstaunliche Resultate. Dass eigentlich so viel erreicht werden kann, mit einem Netzwerk von Meldestellen, mit so effizient löschen kann. Unser Fatball hat gesagt, dass ungefähr 80% gelöscht werden können, über ihre Ariante, die sie machen. Hier erreichen wir über 90%. Ich glaube 92% sind es in diesem Jahr. 2016 sind es die Zahlen. Dann die Hosting-Stadt von Inhope. Interessant. Das ist einfach aufgeteilt auf alle Länder, wo man etwas gefunden hat. Bei vielen Ländern findet man nichts. Das sind meistens die Länder, die gar nicht so viele Internetanbindungen haben, oder gar nicht so viele Servergaben. Das meiste findet man in den USA, in den Niederlanden, in Russland, Frankreich und Kanada. Alles Mitglieder von Inhope. In Europa teilt es sich auf. Die Hälfte sind in den Niederlanden, etwa ein Fünftel in Frankreich, ein Zehntel in Schweden, dann gibt es noch Rumänien, Bulgarien etc. Hier sieht man jetzt, wenn es grün ist, dann ist es Inhobe-Mitglied. Bei den blauen ist es nicht Inhobe-Mitglied. Die hellblauen sind unter 1%, also verschwindet im Kleinen, was da in China oder in Argentinien oder Ägypten liegt. Das heißt, was ein bisschen Sorge bereitet ist, in der Ukraine, was zwischen 0 und 10% ist. Da ist man auch dran, dort ein Inhobe-Mitglied aufzubauen. Das ist nicht ganz einfach wegen der politischen Lage in der Ukraine. Das heisst, das System funktioniert und es ist ungefähr deckungsgleich die Mitgliedsländer und die Hostingstaaten. Das zu 98%, wie ich vorher schon gesagt habe. Die Schlüsselfunktion von Inhalts-Meldestellen sind die Weiterleitung von Meldungen, um eine rasche Lösung zu erreichen. Das bedeutet eigentlich rasche Bekämpfung um illegale Inhalte an der Quelle. Dann Förderung von Strafverfolgung und Opferschutz. Inhobe bietet eine tiefere Hilfschwelle, um Meldungen aus der Bevölkerung zu machen. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, man kann eine anonyme Meldung machen. Der Betrieb erfolgt nicht direkt durch die Polizei, weil es gibt ein kleines Problem. Jemand stösst auf solches Material. Hat das vielleicht von einem Kollegen bekommen, der neugierig findet, dass so Material inklusive der Tricks über das Material zugreift. Was hat er gemacht? Er hat gerade in den Artikel 197 Strafgesetzbuch verletzt. Er hat sich bereits Strafwahl gemacht. Was macht man dann? Man redet zur Polizei und sagt ihm, ich habe gerade eine Straftat bekommen, ich wollte zwar nicht. Auch wenn die Polizei ein anonymes Meldeformat zur Verfügung steht, ist die Hilfschwelle relativ gross, dass man dann gerade in der Polizei sagt, ich habe jetzt etwas Illegales gemacht und dann noch in diesem Bereich. Also macht lieber nichts und hoffe, dass niemand das merkt. Und darum ist Inhobe unabhängig von der Polizeibetrieb so wichtig, weil da gibt es mehr Vertrauen, wenn man das so an der Stelle melden kann, als wenn man direkt der Polizei meldet. Inhobe macht auch einen Austausch von Erfahrungen und Best Practices, man lernt voneinander verschiedene Meldestellen, man bietet das Meldestellenpersonal aus und wie gesagt, es ist nicht ganz einfach die, die dieses Material sichten müssen. Und da war Sache im Umgang, die war auch zum Teil psychologische Hilfe etc. Dann auch Öffentlichkeitsarbeit und Aufbau für das Bewusstsein für die illegalen Inhalte, was dahinter steckt, nämlich meistens ein Opfer, ein minderjähriges Opfer. Und die Arbeit basiert grundsätzlich auf die Vertrauung von Stakeholdern. Jetzt komme ich noch darauf zurück, was unser Bundesrat sagt zu Inhobe. Das lese ich gerne vor, wie die das machen. Das habe ich vorher eigentlich schon erklärt. Zur Erlöschung werden die entsprechenden Inhalte über den Interpol-Kanal dem jeweiligen Land gemeldet. Die dortigen Behörden kontaktieren im Regelfall den Internet-Hosting-Programm, bei dem die Kinder-Programm auf dem Server bereitgehalten wird. Das klingt nach Amtsweg, das klingt sehr, sehr ineffizient. Weil Amtswege, das kann dauern, die Zuständigkeiten sind nicht immer klar. Inhobe hat auch höhere Erfolgsraten. Was Sie weiter im selben Papier geschrieben haben, Es reicht also aus, dass die Schweiz beim Interpol beteiligt ist. Eine zusätzliche Schaffung einer nationalen Inhobe-Hotline würde das Meldesystem nicht substanziell verbessern. Ja, und da kann ich nur sagen, es könnte sein, dass da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zum Thema Inhobe notwendig ist. Weil gerade das, was ich vorhin gesagt habe, vorhin mit die Hemmschwelle als direkter Polizei, zumindest relativ gross. Das Formular dort ist einfach so ein Formular, wo man Fishing oder irgendetwas anderes oder man Shopping betrug oder was auch immer melden kann. Es wird natürlich spezielle Wärmung dafür gemacht, keine Awareness gereist. Es ist einfach da so ein Formular bei EPPOL. Und es gibt noch weitere Gründe, warum Inhobe das einfach effizienter machen kann. Das liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt einfach daran, dass Inhobe eine unabhängige Organisation ist und dass sie international mit Gleichgesinnten zusammenarbeitet. So, die nächsten Schritte in der Schweiz. Wie es jetzt, haben wir mal viel politische Arbeit gemacht, aber wenn es dann um den Aufbau an der Meldestelle geht, muss man wahrscheinlich in einem Vorprojekt mal so Fragen klären wie Kostenschätzung, wer finanziert ist in dem Tape von Inhobe, was soll die Rechtsform sein, welche Gesetze sind tangiert, ja was macht man z.B. die, die das Material sichten, die verletzen ja eigentlich auch schon in Art. 197 Strafgesetzbuch, weil sie sich anschauen. Der Konsum ist ja verboten, da muss man eine Lösung finden. Die notwendigen Prozesse in der IT und auch sonst, die Systeme, Software. Wer soll dabei sein, welche Stakeholder? Mir ist ungefähr klar, was die Antwort darauf ist. Aber man muss es irgendwie ausarbeiten. Also Kinderschutz muss dabei sein, verschiedene Behörden, Provider etc. Mögliche Formen der Zusammenarbeit, inklusive Fettbol mit dem Partner national und auch die Zusammenarbeit international, die eigentlich weitgehend durch Inhobe vorgegeben ist, die muss einfach geklärt werden. Hier möchte ich mal noch sagen, bisher haben wir alles in ehrenamtlichen Arbeiten gemacht. Ich habe knapp die Spesen erstattet bekommen, aber ich habe vor allem draufgelegt. Weitergehende Aufgaben würden den Rahmen des entsprennen, was man bei freiwilligen Arbeit noch machen kann. Also irgendwie muss eine Finanzierung her, wenn man da weitermacht. Und die ist nicht ganz einfach zu kriegen, das ist ein bisschen ein Hunei-Problem. Man muss Finanzierung haben, wie Finanzierung zu klären etc. Vielleicht mal die Frage in die Runde, wenn jemand Lust hat, oder hat jemand Lust, sich da aktiv zu beteiligen und solche Fragen anzugehen, dann kann man sich gerne auch nachher bei mir melden. Ich finde es eine sinnvolle Lösung. Einfach etwas freiwilliger Arbeit, das alleine machen, das ist ganz, ganz schwierig. Ich passe doch mal zusammen. Wir haben eine Löschung von diesem Material, funktioniert mit Inhobe weltweit sehr gut. Über 90% der Inhalte werden in vier Wochen gelöscht. Sie sind weg vom Netz. Die Schweiz beteiligt sich nicht am Inhobe zwecks der effizienten Löschung von diesem Material. Der Bundesrat sieht keinen Bedarf. Trotzdem finde ich, der Aufbau an irgendwo am Ende stelle in der Schweiz ist notwendig. Das war Teil 3. Gibt es noch Verständigungsfragen? Ansonsten würde ich meinen Anwalt auf die Bühne bitten. Der macht jetzt nämlich den Diskussionsteil. Ich werde jetzt den Frageteil kurz einleiten. Ich werde parallel dazu ein paar Fragen auf die Leinwandtechnik, die man diskutieren könnte. Also Simon, bitte. Hört man mich? Ja. Klingt gut. Ja, kurz zuerst zu mir. Simon Schraubig, Rechtsanwalt und Technologierecht. Und ja, wir haben ein bisschen zusammengearbeitet in diesem Bereich, unter anderem die Texte, die man da vorgeschlagen hat, redigiert. Mein Job, du hast mich gebeten, Bernie, dass ich hier ein bisschen, um die Diskussion zu leiten, ein bisschen die Staatsschaft hier eigentlich zu deiner auch sehr deutlichen Position löschen statt sperren. Das Problem ist, wir haben eigentlich nicht viele Gegenmeinungen hier im Raum, so wie es ausgeschaut hat. Und von daher stellt sich dann die Frage, warum überhaupt Neutralität nötig ist. Man muss eben davon, dass ich eigentlich eine eigene Meinung bin wie du. Aber wir können, ich übernehme die Moderation gerne, vielleicht, denke ich, schauen wir mal im Publikum, was für Fragen da sind. Wir hatten vorhin eine Frage bei dir, vielleicht sogar da anfangen. Jetzt erst mal recht bei du. Ja, gerne du. Ja, was denkt ihr, weshalb diese Weigerung besteht, sich auf das Löschen zu einnehmen jetzt in der Schweiz oder weshalb das Sperren, weshalb an dem so festgehalten wird? Was sind das für Argumente? Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht so wörtlich beurteilen. Ich denke mal, es hat damit zu tun, man hat die Freiwilligen im Netzsperren gehabt und man glaubt daran, dass es funktioniert. Interessant ist auch noch, wenn man zum Beispiel die Vertreter der Kantonspolizei Zürich fragt, dann sagen die, ja, Sperren zum Blödsinn, das bringt nichts. Wenn man die Bundesbeamten in Bern fragt, dann sagen die, ja, das ist das Mittel der Wahl. Ich kann es nicht sagen. Teilweise ist vielleicht das Wissen nicht vorhanden, was eigentlich Sperren bewirken und was sie nicht bewirken können. Sondern man glaubt einfach daran. Und warum das Parlament die Sperren weiterhin bewilligt hat, hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass niemand irgendwie sagen wollte, sei gegen Netzsperren, weil alle glauben, Netzsperren hilft gegen Klimapornografie. Wenn man sich da sagt, ja, ich bin gegen Netzsperren, dann heisst es automatisch fast, ja, ich bin ein Schweinehund, ich schau mir solches Material an. Konnte ich die Frage zumindest teilweise beantworten, weil eine volle Antwort habe ich nicht darauf. Vielleicht kann ich gerade kurz selber nachhaken, wenn du sagst, im Moment haben wir bis jetzt die Lösche und Sperren. Wenn man sagt, die acht Prozent, die noch eben nicht gelöscht werden können, macht es nicht Sinn, dass man da dann eine Sperre einbietet? Ich höre dann auch noch mehr. Punkt, hat mir die Frage, ja. Das war mein Job. Ja, ich denke immer, das macht keinen Sinn, wie ich vorher gesagt habe, wenn jemand das Material sehen will, dann kommt er da rum. Das ist absolut kein Problem, der will das ja sehen. Jeder kann heute einen VPN aufsetzen, jeder kann heute DNS senden oder Deora einschalten, also die Netzsperren, die wirken einfach nicht dort, wo sie wollen. Und man kommt nicht einfach so auf dieses Material. Was bringt es am Schluss? Es bringt nichts, es bringt einen Haufen Aufwand, ich habe das vorher zusammengestellt, es bringt Kosten, es gibt Fehler in diesen Netzsperren, die Netzsperren schaden letztendlich mehr als sie nützen. Man muss auch noch sehen, 90 Prozent des Materials, dass seine hohe Beschätzung befindet sich sowieso in einem Bereich, und man weder mit Sperren noch mit Löschung etwas erreichen kann. Und wenn man jetzt dann sagt, wenn man es jetzt über Hochrechten sieht, es ist irgendwie noch ein Prozent, muss wirklich ein ein Prozent einen Riesenaufwand bringen, der eigentlich sowieso nichts bringt? Das war akkreativ gefragt. Meine Frage ist wegen dem Löschen. Der Punkt ist jetzt, wenn man das irgendwie löscht, was passiert dann? Wenn man das einfach so löscht, dann handelt es sich ganz einfach um Vernichtung von Beweisen. Das kann ja nicht genau das sein, was man hier betreten will, oder? Es hat jedes Land seine eigenen Regeln, wie die Löschung vor sich zu gehen hat. Wenn es in den USA gibt es so Karenzfristen, dann versucht man, über den Provider an die Hintermänner anzukommen, lässt das Ganze mal eine Weile weiterlaufen, die dürfen nicht sofort löschen, in jedem Land wird etwas anderes gehandhabt. Aber die Beweissicherung ist auch ein wichtiger Punkt. Darum müssen ja alle Beteiligten, die Strafverfolgungsbehörden, die Provider, und Polizisten zusammenarbeiten in so einem Fall. Ist damit die Frage beantwortet? Oder? Ich glaube, wir müssen unterscheiden, was löschen, oder wir müssen uns überlegen, was löschen genau heißt. Sonst kann auch heissen, dass die Polizei selbst in Snapshot nimmt und dann löschen. Nächste Frage? Ich habe noch eine Frage zum Lifecycle von diesen Netzsperren. Irgendwie die Domains, wo so etwas gehostet werden kann, die ändern ja auch, gerade bei illegalen Inhalten, deutlich schneller als bei legalen Inhalten in der Regel. Was passiert mit den gesperrten Domain-Namen, nachdem es keinen Grund mehr gibt, ihn zu sperren? Gemäss der Bundespolizei ist es so, dass sie diese tausend URLs, die auf der Sperrliste sind, wöchentlich überprüfen und wenn dann festgestellt, dass das Material nicht mehr da ist, dann werden sie wieder von der Sperrliste entfernt. Es gibt bei einem anderen Fall, das zwar eine Netzsperre, die aus eristischen Gründen erlassen wurde, das hat dann Gericht in der Watt gesagt, es müsse jetzt gesperrt werden. Inzwischen ist die Domain frei geworden und jemand hat sie wieder registriert, aber sie ist immer noch auf der Sperrliste. Und er hat gar nichts mehr zu tun mit dem Fall, der eigentlich um diese Stadt gehandelt wurde. Also ungefähr, es gibt ja die Meinung vom Fettbo, die sagt, es überprüft alles, es gibt die Leute, die das anschauen, die sagen, es sei anders. In dem Zusammenhang vielleicht gerade die Nachfrage, was ist, wenn ich jetzt rein hypothetisch von einer Sperre betroffen bin und mich dagegen wehren möchte? In der Regel sind es schon nur die üblenden Gesellen, die betroffen sind. Das ist klar, aber man könnte ja so ein Mechanismus haben. Es braucht, wie kann der vorgehen? Hast du dir das davon überlegt? Gibt es eine Diskussion? Ich kann mich gut rausreden und sagen, du bist ja Jurist und ich wie der Tech. Ich weiss es nicht, aber ich denke, es ist ein juristisches Ding. Ich glaube, da ist einfach kein Mechanismus implementiert. Also gut, man kann schon überlegen, was man tun könnte. Aber bis jetzt, man geht von vornherein davon aus, dass diejenigen, die das betreiben, ja sowieso die Schweige sind. Und deshalb haben die auch keine Rechte oder brauchen die das nicht. Aber möglicherweise, man weiß nicht zurecht, wie man auf diese Liste kommt. Es könnte doch irgendwie sein, dass man plötzlich jemanden, der einfach sonst umliebt, sperrt oder eben der Fall vorhin. Dann ist es auch so, dass der das überhaupt merkt. Vielleicht merkt er das gar nicht, dass es in der Schweiz gesperrt ist. Das wäre ein Mechanismus, der das Ganze sauber überprüft wird. Vielleicht schon noch ein Vorteil? Das wäre definitiv ein Vorteil. Aber das Problem ist ja schon am Anfang, wie sagt man, schlecht oder funktioniert nicht mit dem Netzsperren. Das System Netzsperren ist ja schon mal ein Konstrukt, das eigentlich schon falsch ist. Aber du hast recht, man müsste zumindest erwarten, dass man auch wieder runterkommen kann. Und zwar nicht so, dass man zuerst vor Bundesgericht gehen muss und fünf Jahre prozessieren und sehr viel Geld ausgeben hat, dass man mit der Mutter von dieser Liste kommt. Aber das ist bis jetzt nicht vorgesehen. Ich habe das jahrelang gesehen. Mich würden noch Zahlen interessieren. Wie viele Meldungen gibt es in der Schweiz oder auch international in den Ländern? Wie viele werden dann positiv bewertet für eine Verfolgung freigegeben? Und wie viele sind dann negativ ausgefiltert? Ja. Ich kenne Zahlen von Österreich. Da sind es vor zwei Jahren etwa 8.000 Meldungen pro Jahr in Österreich gewesen. Und letztes Jahr waren es 15.000. Die Rate, von denen positiv sind, weiss ich jetzt nicht auswendig. Ich könnte rasch ein paar andere Repräsentationen auftun, aber ich habe mich da nicht mit Zahlen vorbereitet. Aber ihr könnt es gerne nach dem Vortrag nochmals anschauen, weil ich habe die Material von den österreichischen Kollegen und auch von internationalen Inhobung, von den Deutschen. Aber ich kann es jetzt nicht beantworten, dass ich stehgreife. Also in der Nachrichtung, Missbrake, ich könnte ja auch melden und dann die Maschine in die Hand werfen. Ja, das wird natürlich überprüft. Man kann Inhobung belasten damit. Und ist, glaube ich, bisher noch nicht vorgekommen, eine DDoS-Attacke mit Meldungen. Also beziehen sich diese Fälle, von denen wir hier sprechen, von normalen Web-Servern, die einfach frei über eine Domain verfügbar sind? Und wer macht das heutzutage nicht über Tor? Ja, das habe ich vorgekommen. Und dann die Folgefrage der Inhobung kann wohl nichts, wenn etwas über Tor gehostet ist, unternehmen. Das ist richtig. Das, was ich vorher gesagt habe, das wahrscheinlich 90% von dem Material im Darknet abgeht. Da kann man relativ wenig machen. Anonyms hat man das Ganze gehackt und die Kundendaten offengelegt. Aber in der Schweiz konnte sie nicht verfolgt werden, weil die Kundendaten illegal abgefischt wurden. Das gehört sich in der Zeitung gestanden. Aber da wird es ganz, ganz schwierig. Das, was ich gesagt habe, wir sehen nur einen kleinen Teil, die Spitze des Eisbergs auf dem Internet. Was war die erste Frage nochmals? Ich dachte, ich hätte eine Antwort in einer dieser Präsentation. Was war die erste Frage? Ja, ob sich diese Zahlen, von denen wir sprechen, eigentlich schließen die Tor-Meldungen ein? Oder haben In-Hope sowieso nur, wenn etwas nicht auf Tor gehostet ist? Also, Tor kann In-Hope nicht sehr viel machen, aber es gibt ja z.B. Zahlen, irgendeine In-Hope-Reste, das ist die... Sieht man da etwas? Ich will jetzt eigentlich Fullscreen machen, aber ich bin blind. Ah, ja. Irgendwie bin ich blind. Ich weiß nicht, dass ich es hier wollte. Sieht es. Sieht man es gut, doch ja. Eigentlich wollte ich das so machen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen so die Frage beantwortet. Es gibt File-Hosts, Image-Hosts, Websites, es gibt Voraus, wie das Ganze ausgetauscht wird, es gibt zu Renner-Sites, es gibt zu Renner-Sites. Ja, das beantwortet es wahrscheinlich nicht hundert Prozent mehr. Es gibt jedenfalls verschiedene Formen, wie das Ganze ausgetauscht wird. Es gibt noch ganz tricky Formen, da wird einem das Bild noch angezeigt, wenn man einen richtigen Referrer hat. Also wenn man das einfach anschaut, ohne den Referrer zu haben, dann wird eben etwas anderes angezeigt. Also wenn man zum Beispiel in einem Forum das findet, dort draufklickt, dann ist der Referrer vom Forum drin, also es kommt vom Forum. Wenn man an die Polizei schaut, dann kommt irgendetwas harmloses, oder irgendetwas, was nicht illegal ist. Es gibt fast-flugs-Netzwerke, wo sie auch versuchen, das Ganze zu verschleiern. Und auch die Content-Delivery-Netzwerke, wo man nicht ganz viel drüber läuft, die werden auch dazu missbraucht, das anzuschauen. Es ist ein bisschen Katzenmau spielen. Und da nützen Spälen schon gar nichts, und löschen ist auch ganz schwierig in diesem Bereich. Aber Spälen nützt in dem Fall genau nichts. Die nächste Frage? Also ich will ja nicht irgendwie sagen, dass man nichts tun soll, aber das ist ja auch schon recht spät verhinderbar. Ja, das ist das, was ich eigentlich am Anfang gesagt habe. Der Ursache zu bekämpfen, ist ganz, ganz schwierig. Vor allem, wenn auch die Eltern sind, die Missbrauch von einem eigenen Kind herstellen, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und die, die das anschauen, sorgen schon dafür, dass sie nicht so schnell entdeckt werden. Also zum Beispiel, wenn man will, dass jemand das Teil mitteilen muss, dann muss man selbst erst Material liefern, um irgendwie unverdächtig zu erscheinen. Das wird so ausgetauscht. Ja, ich kann die Frage nicht so wirklich antworten. Ja, also wenn, gerade wenn du sagst, dass es so schwierig ist, zu intervenieren, würde ich eigentlich ein Motum abgeben, mehr in die Prävention zu stecken. Auch gerade weil es ein Tabuthema ist. Ich selbst arbeite in der Prävention von sexueller Ausbeutung. Ich finde es deswegen eigentlich zentral, dass es eine von der Polizei unabhängige Meldestelle gibt, um diese Hürde ein bisschen kleiner zu machen. Also ich finde, das ist genau so ein wichtiger Punkt, weil das auch eine Sensibilisierung in der Bevölkerung mit sich bringt, und wenn diese Meldestelle überhaupt bekannt wird, das macht schon viel aus. Auf dieser Folie habe ich so ungefähr diesen Ansatz bereits dargelegt. Das war eigentlich das Problem, dass ein soziales Problem schlussendlich im weitesten Sinne nicht mit technischen Massnahmen wirklich lösen kann. Man kann es einfach so machen, dass es sehr viel Aufwand um nichts bringt, und man kann es so machen, dass das Ganze wenigstens irgendwie ein bisschen ein bisschen ein bisschen in der Verbreitung und das wäre eben ein Löschen. Spänen wären das, viel Wind und billige Nutzen. Aber ja, ich bin mit dem Einverstanden, dass eigentlich da mehr angesetzt werden muss. Vielleicht gab noch die Folgefrage in dem Zusammenhang, warum sollte INHOPE für einen, ich sage es mal, vielleicht Täter auch, der Material findet, das er melden möchte, vertrauenswürdig sein? Wie wird das genau gemacht? Was kann es ganz technisch erklären, mit dem Vertrauen schaffen? Ja, Vertrauen kann man ja nicht technisch schaffen. Aber ja, es ist halt so, dass die Polizei grundsätzlich für jemanden, der das Gesetz verletzt hat, nicht unbedingt die vertrauenswürige Teststelle ist, um etwas zu melden. Und INHOPE bietet sich als neutral an, so ein bisschen wie als Vermittler, zwischen dem, wer das meldet und der Polizei. Also es wäre eine zusätzliche Barriere dazwischen. Natürlich, INHOPE könnte theoretisch auch das weiterleiten, wer das gesagt hat, dass wer das gemeldet hat, oder in bestimmten Fall gezwungen werden, das weiterzuweichen. Das muss natürlich verhindert werden, weil man sonst das Meldewesen negativ beeinträchtigt. Warum es passiert, kann ich nicht sagen. Aber INHOPE hat mir gesagt, dass die meisten Meldungen kommen effektiv von Pädophilen und Leuten mit pädophilen Neigungen und Kindern. Das hat mich auch erstaunt, aber offenbar ist es so. Aber das sind auch die Einzelnen, die irgendwie an dieses Material herankommen. Weil die normale Bevölkerung, vor der wird das verworgen, mit Galois X. Also INHOPE haben welche Prinzipien Standorts publiziert, an die sie sich halten. Weisst du, das IKRK zum Beispiel hat im Umgang mit Gefangenen, Kriegsgefangen etc. hat man sehr strikt die Regeln, wie man damit umgeht, mit wem man kommuniziert etc. Dass man vielleicht so einen ähnlichen Regelsatz definieren würde, um eben dieses Vertrauen in die zu schaffen. Ich kenne die Details nicht, aber sie haben sehr viele solche Art von Policies etabliert, weil sie müssen ja auch dafür sorgen, dass das Ganze wirklich funktioniert. Dass die Leute sich trauen, Meldungen zu machen. Das Schlimmste vom Meldewesen ist ja, wenn du das Vertrauen zerstörst. Um einen anderen Bereich auszuweichen, ist die sicherheitsintensitiven Jobs, wie beispielsweise die Diariatik. Wenn nachher jemand, der eine Meldung macht, sich selbst verrät vor Gerichten und nachher noch vorteilt wird, weil er einen sicherheitsrelevanten Vorfall gemeldet hat, das nächste Mal nicht mehr melden, oder wird nur mal melden. Und so ist es mit jeder Meldung stehen, wo es wirklich auf der Power basiert, sich in der Beteiligung, dass man da keinen Unsinn macht, damit er keinen Unfug treibt. Das ist vorschbar, dieser Begriff zu benutzen. Jetzt aber, kannst du etwas zum Geschäftsmodell sagen, um Online-Programmatik? Also, weil, die ganze Struktur, die dafür benötigt ist, die muss auch bezahlt werden. Also, gibt es da nicht so eine Geldspur von den Konsumenten, dass sich da was machen? Das gibt es sicher auch. Ein Grossteil ist so Tauschbörsen. Also, ich muss mal sagen, ich bin nicht involviert in das Ganze, ich bin nicht Strafverfolger, ich kenne die Geschäftsmodelle nicht im Detail. Was mir einfach bekannt ist, dass es vor allem über Tauschbörsen gemacht wird, dass die Goofies hier ein bisschen Material und ich gebe dir etwas zurück. Und da gibt es die anderen, die das einfach professionell betreiben und einfach... Ja, hier vielleicht noch der Refahn im ganzen Raum. Weshalb kommt man eigentlich auf die Idee, dass der Konsum oder was auch immer das steht von diesem Zeugs strafbar sein muss und dass man entsprechend jede Person, die versehentlich oder nicht versehentlich zu einer Seite landet, bestrafen muss. Damit spielt man sich ja grundsätzlich aus, dass die Leute sich dann überhaupt da melden und das Ganze als Verbrechen irgendwie aufgeklärt wird. Weil das Verbrechen ist ja nicht, es gibt ein bisschen so eine Person da im Internet, sondern das Verbrechen ist jemand, wo den es braucht. Und ich sehe da, ja... Das ist eigentlich kaputt, ja? Also... Ja, ich kann nicht das... Wie gut ist möglich, dass da irgendwie was... Ja, vielleicht kann man das gar nicht sagen. Vielleicht sieht das halt so ganz komisch aus. Ich bin zwar nicht Strafrechtler, aber grundsätzlich ist es so, dass im Strafrecht schon mehrere Kriterien erfüllt sein müssen. Also nicht nur der objektive Tatbestand, dass man sich etwas angeschaut hat, er muss erfüllt sein, sondern es muss auch wirklich Vorsatz vorhanden sein. Also wenn ich wirklich zeigen kann, dass ich versehentlich an solche Daten gekommen bin, dann sollte das eigentlich reichen, dass ich rauskomme. Die Frage ist einfach, glaubt mir jemand? Also ich hatte mal, ein bisschen andere Situation, einen Kollegen, dessen Schluss habe ich Beobachter gekommen, der hat in seinem Apartmenthaus oder WG-Haus, wo er gewohnt hat, in der Küche ein Messer gefunden mit Blut, und der hat dann irgendwann Erfahrung darauf, dass da ein Wort passiert ist, und der hat das Messer auf die Polizei gebracht. In Zürich war das, der war nachher drei Wochen über Weihnachten in Untersuchungshaft. Also solche Dinge passieren, die wirklich, es wurde im Schluss ein Beobachter breitgewaltzt, und dann hat ihm alle, die nicht geglaubt, der war beim Arzt, als der Wort passiert ist. Also das ist wirklich dramatisch. Und solche Dinge passieren effektiv, deshalb finde ich, ist es wichtig, dass man diese Zwischenschicht-Inhob hat. Dennoch, also zum Beispiel eine Person, die für die Polizei diese Dinge anschaut, die ist natürlich nicht strafbar, weil es ist ja, man hat den Rechtfertigungstod, was zu machen, in der Situation. Also es gibt immer diese Ausnahmen. Also allein die Tatsache, dass jemand sich das anschaut, wird nicht zwingend automatisch sein bestanden. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas anfügen, im gleichen Artikel steht auch hier, wie das bei unter 16-Jährigen, wenn das Mädchen auf Druck von jemand anderes das herstellt und ihm den Film gibt, dann ist sie perfekt erpressbar. Dann hat sie das Gesetz verletzt und der andere kann sagen, du, ich verrate nicht bei der Polizei, jetzt musst du das und das und das auch noch machen. Also es hat auch so ein bisschen Schwächen in diesem Paragraph. Das ist echt ein Problem. Also da hat es, sagen wir es mal so, Optimierungsbedarf. Und noch eine Bemerkung, es gibt so eine Konvention, 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 die den Staaten sozusagen Vorgaben macht, wie sie das im Umgang mit Schallschätzer oder Dschutzmaterial, also mit diesem Missbausmaterial, wie das geregelt sein muss, und was strafbar sein muss, und was nicht. Und das gibt es dann auch noch. Und die Schweiz hat das versucht zu übernehmen. Und sagen muss man, müsste vielleicht noch ein bisschen rumschauen, dass es besser wird. Aber nur so als Bemerkung. Hilft das? Ich habe dazu noch eine kleine Anekdote aus der Zeit, als diese freiwillige Sperrliste eingeführt wurde, damals vom COBIC. Wir haben das vorgestellt bei einem SWINOG-Meeting. Und damals gab es die digitale Gesellschaft noch nicht. Ich war dann aus so einer Vorläufer-Organisation, die hieß SIUG, Swiss Internet User Group, und habe dann im Namen der SIUG da ein paar kritische Fragen gestellt. Zum Beispiel, ja, können wir kontrollieren, dass da wirklich nur solche Missbrauchszeiten drauf sind? Und da hat der COBIC-Chef doch tatsächlich vor allen Providern mir das versprochen, ja, das können wir kontrollieren. Er hat auch dazu gesagt, wenn man nur hinschaut, ob da jetzt so ein rettiger Inhalt ist oder nicht, das selber ist nicht strafbar. Ich habe dann nachher noch etwas mit ihm kommuniziert und er hat dann ziemlich schnell einen Rückzieher gemacht von dem, was er öffentlich versprochen hat, mit der Begründung, nein, wir wollen nicht riskieren, dass dann plötzlich irgendwie so ein öffentliches Kontrollrecht entsteht. Aber so grundsätzlich ist schon so ein bisschen daraus zu spüren, und im Prinzip will die Polizei Vertrauen schaffen, aber sobald es dann ernst wird und die Möglichkeit entsteht, dass man dann Fehler von der Polizei finden könnte, dann will sie es plötzlich nicht mehr. Ich unterstütze auch ganz stark diesen Ansatz absolut, wir brauchen sowas wie In-Home mit den entsprechenden Agreements, die dann auch gemacht werden, durch die eben definiert ist, nur weil dort jemand ist, der regelmäßig solches Zeug anschaut, ist er dann eben nicht verdächtig, weil das von Anfang an so geklärt ist mit allen Behörden auch, die Behörden von Anfang an sich damit im Kenntnisgesetz erklärt haben und einverstanden erklärt haben, dass die eben nach diesen Regeln von In-Home vorgehen. Absolut wichtig, auch strategisch wichtig. Die Frage ist nur, wie kriegen wir sie insbesondere finanziert? Vielleicht kann man gerade nicht nachhaken, also wenn man jetzt, du hast vorhin etwas gesagt, man könnte das quasi von privater Seite, könnte man so eine Meldestelle einrichten in der Schweiz, welches sind die, ich sag's mal, Hemmschwellen oder die Probleme, die man hat, die man lösen muss. Also eines ist klar, die Frage, wenn ich für die Polizei diese Schweine rein anschaue, um das zu identifizieren etc., dann ist klar, dann habe ich ein Rechtfertigungsgrund. Wenn ich einfach hingehe als Befahrt und sage, ich mache das jetzt quasi, weil ich da auf Erbreche reagieren will, ist es möglicherweise schwieriger, einen Rechter zu überzeugen. Also das ist sicher ein Thema. Und auch, wie würde diese Organisation da mit der Polizei zusammenarbeiten? Gibt es da vielleicht irgendwelche anderen Staaten, wo man das schon zuerst mal privat aufgebaut hat? Wie würde das aussehen? Kannst du was sagen? Ja, da gibt es genügend Vorbilder im Ausland, so ungefähr 50. Ich würde mich da entweder am deutschen oder österreichischen Modell orientieren, das passt recht gut in die Schweiz auch. Wo es so Zusammenarbeitsvereinbarungen gibt mit der Polizei, dass man das macht und die zum Teil auch recht froh sind, wenn die das nicht auch noch machen müssen, weil denen ihr Job ist eigentlich Strauverfolgung und nicht irgendwelche IT-Sachen machen. Da gibt es sicher genügend Vorbilder, wie man das macht. Und Inhobe hat auch noch gewisse Vorgaben, wie das zu funktionieren hat, bis man anerkannt wird als Inhobe-Meldestelle. Da mache ich mir weniger Sorgen. Und die grössten Herausforderungen sind die Ressourcen, einerseits finanziell, andererseits Leute, die das da machen, zu finden. Wenn man will und das wirklich vorantreibt, dann findet man einen Weg und hat relativ schnell eine Wellestelle. Nur und braucht das eigene Geld und Leute. Da gab es doch grösslich diese Dame, mit der wir zu tun hatten, von dieser Kinderschutzorganisation. Ja, ich habe mit der telefoniert. Und wir laufen etwas von meiner Seite. Wäre es nicht möglich, es wird immer besser, dass die Programme Bilder selber erkennen, eine K.I. zu schreiben, die gezielt Kinderbonus erkennt. Zum eben diese Leute von dieser Belastung, wenn ich vollständig doch über Weiterspräche entlassen zu können, oder gezielt noch Fragen. Diese Bilder, genau dieser Abschnitt muss kontrolliert werden, zum sagen, es ist es oder nicht. Wird auch etwas gemacht, oder ist das nicht in deinem Kenntnisbereich? Ich habe mich damit beschäftigt, ich kann die Frage so nicht beantworten. Aber es wäre ein interessanter Ansatz, wie gut es dann funktioniert, und wie genau das Ding ist, kann ich nicht sagen. Weiter Fragen? Was war denn der Budgetvorschlag, um das aufzubauen, personell und finanziell? Ich habe so Schätzungen gemacht, für den Aufbau einer Meldestelle, hätte ich jetzt ungefähr 20 Kilo, was 20.000 Franken mal voranschlagt, und für den Betrieb einer Meldestelle im Bereich von einer halben Million pro Jahr. Ich kann es auch billiger machen, je nachdem, welche Aufgaben man alle übernimmt. Aber das ist ungefähr die größte Ordnung in Österreich. Jetzt habe ich ungefähr 300.000 Euro pro Jahr. In der Schweiz ist alles ein bisschen teurer, also habe ich da ein bisschen draufgehauen. Eine weitere Frage. Ich habe sonst selbst noch ganz was Banales, dieses Kombilösen, die wir jetzt haben, löschen und sperren. Gibt es da irgendwie eine Realität, dass man zuerst versucht zu löschen und dann zu sperren, und dann umkehrt, oder wie ist das gelöst? Ja, das ist glaube ich noch umstritten. Also im Gesetz haben sie inzwischen durch eingefügt, darum ist es dann Absatz 1 bis, also das Löschen vor dem Sperren. Ob das eine Relevanz hat in der Praxis, weiss ich nicht, aber es wurde auch diskutiert. Ja, bis es gelöscht ist, muss man doch das sperren. Andere haben gesagt, ja, wenn es nicht gelöscht werden kann, muss man es sperren. Was dann zuerst kommt, ist dann je nachdem, welches Sperrmuster man da glaubt. Also ich hätte so ein bisschen hoffen, dass wenn das Löschen wirklich erfolgreich ist, dass man den Aufwand am Schluss gar nicht betreiben will, weil das nicht mehr so viele Fälle sind. Ja, ja. Also wir haben im Moment, vor allem aus Perspektive der Provider, vielleicht das Risiko, dass jetzt die Forderung kommt, eine teure Infrastruktur auf die Beine zu stellen, möglichst mit Automatismus, dass man irgendwo eine Liste runterreitet, dann automatische Löschen installiert und am Schluss passiert auch nichts. Du meinst die Sperrungen? Ah, das ist die Sperrungen. Ja. Ja, sagen wir es mal so, seit letzten Sommer, nachdem die Schweizer Bevölkerung, also nachdem 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung das Geldspielgesetz angenommen haben, die anderen 10 Prozent waren dagegen und 70 Prozent gingen nicht an die Urne, haben wir eigentlich diesen Mechanismus schon. Und das Interessante ist, der Staat bezahlte diese Zensurinfrastruktur durch den Provider. Das steht da drin. Jetzt kann man sagen, wenn der Staat schon die teure Zensurinfrastruktur für den Provider finanziert, kann man auch noch das draufhauen. Das kann ja nicht schaden. Aber ich habe vorher gesagt, dass eigentlich die Sperren das Meldewesen beeinflussen. Dass unter Umständen neue Opfer, die hinter einer Sperre sind, so etwas, was man halt nicht gelöscht hat und nicht löschen konnte. Dass man die halt nicht findet und dann der Teil von der Opferidentifizierung und Strafverfolgung dann gar nichts in Zukunft, weil niemand eine Meldung macht, weil das niemand weiß. Also sämtlich schießt man sich in den eigenen Fuss, aber so weit ist die Politik noch nicht. Gut, haben wir weitere Fragen noch? Ja, dann würde ich meinen Gedanken nicht ganz herzlich im Namen der Zuhörer und der DGS bei dir, Hörni, für diesen spannenden Vortrag. Das war sehr eindrücklich und wir haben, denke ich, jetzt alle ein bisschen Überblick gewinnen können, wie das Ganze funktioniert. Und wir wissen jetzt alle sicher, dass Wäschen besser ist als später. Vielen Dank.